ARD Text im Auftrag von Funk Alter, das ist ja ein Traum, das ist ja ein Traum, wir müssen sofort starten Wir fangen an, komm, Alter, das ist egal, wir fangen an Okay, okay. Wir sind wieder zurück. Ey, was denn? Nichts! Gar nichts! Alter! Kronkienchen ist heute auch dabei. Was denn? Was ist denn? Kannst du tragen, Alter? Kannst du tragen? Guck mal! Ja, die Arschschwörde! Stimmt! Ey, ich seh das nicht! Das ist voll scheiße! Ist der Arsch wirklich vorne? Wieso sieht das so komisch aus? Guck mal, guck mal bei unseren Taschen! Du bist der Arsch! Scheiße, ich kann nicht mehr! Alter, ist das geil! Das ist der Arsch! Das ist der Arsch! Alter, ist das geil! Hast du dein Handy bei dir gerade? Ja. Wie du hast du? Hey, Tobi! Warte, die Scheiße! Was denn? Guck dir das bitte an! Und bitte lass so spielen! Alter, ich hoffe, dass im Spiel wird das übernommen! Bitte ja! Alter, das wär'n Traum! Ich muss das mal zeigen! Warte, warte, warte! Warte, 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 warte! Ich hab' eigentlich keine Luftfahrt, ey! Ich krieg' keine Luftfahrt, ey! Entschuldigung! Was ist das denn, Alter? Alter, ist ein Traum! Ja, ich wollt' mich heute mal ein bisschen anpassen, ne! Ich wollt' heute mal so'n bisschen... Oh! Oh! Oh, Hilfe, ey! Das ist der Arsch! Geil! Ey, bitte lass uns starten! Ist mir alles egal! Alles egal! Boah! Ich hoffe, die muskulösen Arme halt auch! Und der Unterarm, der so'n bisschen wegfliegt! Irgendwie! Was soll das denn? Bitte, bitte, bitte! Ich hoffe, dass es funktioniert! Auf einmal geht das Gebrülle los! Ich check' gar nichts mehr! Wir haben noch nie so schnell ne Aufnahme begonnen! Ne, noch nie! Achso, Tobi, du musst noch anmoderieren! Achso, hi! Gut, fertig! Alter, ist mir heiß! Hoffentlich, ich kann Curry nicht ernst! Ich kann Curry auch nicht töten jetzt, wenn das jetzt auch in-game sein sollte! Kannst du vielleicht den Schrank sperren und zutapen oder irgendwas? Ey, das soll ich denn dafür ein Thumbnail machen! Ohne Scheiße! Nimm den Typen, den Kopf davon und mach den in so ne Ballerina! Boah, können wir uns... Können wir uns bitte erstmal irgendwie treffen, dass wir gucken, dass es auch in-game so aussieht? Ja, können wir machen! Vielleicht auch mit Killer und ganz ohne... Erstmal peaceful? Ja, können wir machen! Boah, bitte! Aber ich will das auch sehen, also ich bin auch zu ruhig! Boah, bitte, bitte! Boah, bitte! Wenn ich glaube nicht, dass es so ist! Boah, der Curry kann uns ja gleich sagen, ob das so ist! Wobei, ich hab's ja nicht gesehen! Doch, er müsste es ja sehen! Achso, stimmt, hat er nicht! Er hat das bei sich ja nicht, ne! Also ich glaube nicht, dass es so ist! Der liegt verdächtig lange gerade! Ja! Ob es stimmt! Oh, bitte nicht! Bitte nicht! Ich hab das ganze Spiel geschrottet! Was? Kurio seine Hacks! Wir lassen dir noch ein bisschen Zeit! Alter, das muss einfach, das muss drin sein! Das ist einfach... Das muss drin sein! Alter, das ist der Obershit einfach! Boah! Kibbeling von diesem wunderschönen Körper! Die ganze Aufnahme! Die ganze Aufnahme-Session ist ja heute nur so! Nur durch! Alles nur durch! Komplett! Liebe Kinder, esst mehr Kibbeling! Dann werdet auch ihr zum Curry! Ich glaube, der lädt nicht mehr! Ich glaube, das wird jetzt noch nicht! Was passiert denn jetzt hier? Mann! Der lädt sich tot! Der lädt sich tot! Scheiße! Schale! Warte mal! Warte! Was denn? Es verblasst gerade! Ja, das macht's doch immer! Bei mir ist es gerade hängen geblieben hier! Okay! Oh, das ist gut! Oh, das ist cool! Okay! Es ist nicht hängen geblieben, also es ist noch da! Hängen geblieben ist immer ein gutes Attribut! Mann! Ich glaube, das wird nix! Oh nein! Schade! Vielleicht komme ich auch nochmal so rein! Boah, ich packe das auf jeden Fall in die Aufnahme! Ist mir alles egal! Das kommt in die Folge! Ja, klar! Das muss... Das muss am Ende auf jeden Fall rein! Der Rest der Folge ist total unwichtig! Ich kann's jetzt schon abschalten! Das war das Highlight! Besser kann's nie mehr werden, einfach! Ja, ich glaube da geht nichts mehr! Auch wenn ich das Escape drücke, passiert nichts! Boah! Ja, egal! Egal! Wenn man das Escape macht, hat's ein schönes Geräusch! Oder? Bei mir nicht! Echt? Bei mir macht's... Ja doch, bei mir auch! Achso! Ja doch! Oh! Ich bin im Spiel! Alter! Ich auch! Ich auch! Ich glaube Curry sieht normal aus! Curry sieht normal aus! Ja, das riecht normal! Aber gerade! Äh, hallo? Ich bin ein Wunder... Curry sieht normal aus! Schade! Dann... Ich geh wieder raus! Ja! Schmollmops! So wollen wir dich nicht haben, Curry! So wollen wir dich nicht haben! Ja, tut mir leid, Tobi! Tobi, wo bist du? Tobi, wo bist du denn du? Tobi hat den Feinsteller übrigens! Ja, ich hab's gedacht! Oh, Entschuldigung! Meine Nase kratzt hier grad! Mein Barthaar wächst grad in die Nase! Oh, das ist cool! Das verbindet! Wenn sich das verbindet, kannst du dann Knoten draus machen! Ich kenn das! Es ist ätzend! Weil das biegt sich manchmal in die Nase rein! Und kitzelt dann die ganze Zeit! Deswegen musste ich gerade mal... Mit einer Kneifzange ran! Okay, das will ich mal ganz kurz! Nasenhaare kürzen! Verzieht euch, ihr Krähen! Übriglich ist schon wieder Maisfeld, ne? Oder? Ja, geil! Ist doch gut für dich! Ganz, ganz ne Abend nur Maisfeld! Ein richtig toller Abend! Ne, ich hatte ja zweimal Schrottplatz! Mit dem Kettensillen-Fritzen! Ja, ich hätt jetzt auch lieber irgendwie so Schrottplatz oder sowas gehabt! Ähm... Ähm... Ich nicht! Weil schon 5.000 Mal jetzt hier die... Ich fülle von jetzt... Warum muss ich denn hier die ganze Zeit? Was soll das? Ja, ich bin doch bei dir! Ja, aber ich muss die ganze Zeit hier... Ich hab da volle... Ich hab da volle... Ich hab auch volle Kraften gemacht! Ach so! Ja, nice! Hammer! Weinen nicht, wenn der Regen fällt! Dam, dam! Dam, dam! Es gibt einen, der zu dir hält! Dam, dam! Dam, dam! Dam! Mamor! Schnauhe! Das ist alles nicht vorbei! Alter! Was ist denn da los? Spiel die González wieder am Aparelo oder wat? Denkste! Ja, 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 das kitzelt! Hör auf damit, Tobi! Bitte, bitte, hör auf damit! Das ist echt nicht in Ordnung! Tobi, nein! Hey, Pan! Tobi, nein! Ja? Ich habe das Gefühl... Ja? ...dass ich dich gefunden habe, aber ich dich nicht sehe! Aber vielleicht ist das ja ein Bug! Hä? Was ist da denn gerade passiert? Hä? Gar nicht! Hör auf! Nein! Nein! Du hast dich verraten, Mädchen! Was ist da los? Mädchen, du hast dich verraten! Was macht ihr? Dann ist natürlich jetzt ein bisschen... Ist der Tobi wieder am Flirten! Ich habe doch deine Kommentare gelesen! Da muss es stimmen! Da muss es stimmen! Ich muss lachen die ganze Zeit! Mann! Deswegen hänge ich Pan jetzt auch extra andersrum auf! Au! Was? Achso! Das habe ich jetzt alles verstanden! Ich bin einfach so brav und anständig! Ja, natürlich! Natürlich! Du vereinflusst! Ja, klar! Ah! Achso! Arigatou! 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 Wat ist hier los? Arigatou! 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 Das verstehe ich aber. Männer wie Frauen. Bin ich so... Ich hab ihnen meine Liebe ge... Hät man das... Nein! Gedingts! Ey Tobi, was sollen was? Da hat die Pan einfach den Tobi an mir abgeschmiert. Was denn da los? Nein, hab ich gar nicht! Oh Mann, du hattest voll den Tobi an mir abgeschmiert! Ja, wann ist das du? Tobi, also ehrlich. Das halte ich für utopisch. Das ist doch nicht gerade für den Thron gewesen. Hey, hey, hey! Hey, du da! Hey, du da vorne! Hey, Tobi! Hey, lass mal reden! Oh, hallo! Ich will doch noch reden! Hey, Tobi, was machst du da? Hey, Tobi, was machst du da? Dann einziehen und dann noch einziehen. Ernsthaft! Und dann zack! Alles ist wieder gut. Der freundliche Onkel Doktor ist für dich da! Nein! Nein! Hey, Sebastian! Oh, ich bin so doof! Tobi! Hey, Tobi, was machst du? Ja, natürlich! Hast du abgebrochen? Hey, du bist voll der Abgebrochene! Das ist genau wie deine Schuhlaufbahn! Abgebrochen! Aber wer denn da? Ja, das bin ich, Tobi! Der Kibbeling, ey! Lass mal den Kibbeling, Mann! Komm, lass mal verfolgen! Nein, häng mich nicht auf! Oh, Tobi! Was ist da mit dem Kibbeling los? Tobi, häng mich doch bitte nicht auf! Zumindest keine Falle da! Er hat nur verarscht! Vielleicht! Er hat nur verarscht! Ich weiß aber, dass der Kibbeling irgendwo ist! Der Kibbeling! Was war hier? Kibbeling! Ja, Tobi, auch nix! Kann ich mal jemanden in den Kommentar schreiben, immer, dass ich hier bla bla bla, dass doch der Kibbeling gesagt... Manchmal glauben Leute... Alter, das ist doch nicht wahr! Tobi, warum?! Oh nein! Lass mich mal mit Kibern! Ich will jetzt nicht am Haken sterben! Lass das mal bitte! Ey, Tobi, komm! Wenn ich den Kibbeling schon nicht kriege, muss ich... Du hast gesagt, du machst zuerst den... Du machst zuerst den Curry, hast du gesagt! Ja, alles klar! Okay... Das Ding ist, ich weiß grad nicht, wie dich nur runterspreisen kann! Mit... mit R! Ah, mit R! Ah, okay, okay, alles gut! Ah, vielen Dank! Alles klar! So, ich robbe mal ein bisschen ehrfürchtig vor dir im Dreck, ne? Das find ich gut! Das find ich gut! Warum machst du eigentlich immer die Falle irgendwie und hörst dann auf? Weiß ich nicht, weil ich hier vielleicht jemanden ablenken möchte, weil ich weiß, dass der Kibbeling hier wo ist! Der ist doch nicht blöd! Ich bin schon längst wieder in der Fritteuse! Du hältst doch den Kevin nicht für so blöd, dass er hier noch rumkrauchelt! Natürlich ist der hier noch irgendwo! Also wenn ich dem Kevin einen Tipp geben würde, sei nicht hier in der Nähe! Denn ich bin gerade Bait! Ich kenn nur Bane! Ich bin gerade Bane! Komm mal mit! Warum? Tobi, warum?! Ja, ich... Will ich halt einfach bei mir haben! Das ist voll lieb! Das ist voll lieb! Aber... Tobi... Hä? Warum schleppst du mich jetzt hier weiter? Weil ich hier halt mal... Willst du jetzt die Generatoren ablaufen oder was? Man muss auch mal Veränderungen im Leben durchführen, weißt du? Es ist einfach... Du meinst wie zum Beispiel diese Falle da am Generator, die du gerade gelegt hast? Sehr unauffällig! Das ist eine der Möglichkeiten, ja! Okay! Man muss ja auch verschiedene Dinge abwägen können! Okay! Gut, ich blute hier einfach aus! Ich blute hier einfach aus! Du bist ein wirklich vorbildliches Opfer! Ja! Das gefällt mir an dir! Bitte jetzt hau mich doch nicht! Ich blute doch eh schon aus! Warum? Sag mir doch einfach wo Kirby ist! Dann können wir doch hier... Das können wir doch alles klären! Hinter dir! Habe ich mir schon gedacht! Ich habe hier so einen verdächtigen Geruch gerade in der Masin! Ich bin dein bester Freund! Jetzt könnte man eigentlich taktisch da... Ja! Aber ihr lasst ihn nicht zurück! Das weiß ich nämlich! Hacker 1, 2, 3, mach so! Ich sehe übrigens, du hast deine Tage! Hey Tobi, guck mal! Hey Tobi, guck mal! Lass es aber jetzt! Auf mein Hals! Hey Tobi, guck mal! Hey Tobi, guck mal! Hey Tobi, guck mal! Hä? Hey Tobi, guck mal! Tobi! Hey, wo ist der Curry? Hey, wo ist er denn? Hey Tobi, guck mal! Hey Tobi, guck mal! Hey Tobi, guck mal! Hey Tobi, guck mal! Ach den Scheiß, Tobi! Nein! Ja! Ja! Ihr seid geil! Ihr seid geil! Oh, das gibt's doch nicht! Durchs Fenster, du... Du kleiner... Dreckiger! Ich dachte, du willst Curry kaputt machen! Ich dachte, du willst Curry kaputt machen! Ich dachte, du willst Curry kaputt machen! Warum denn jetzt nicht schon wieder? Ich wollte dich eigentlich auch! Aber ganz ehrlich... Warum denn jetzt schon wieder? Oh Mann! Einer muss den Anfang machen! Es tut mir leid! Oh Mann! Ich war immer so gut zu dir, Tobi! Ich war immer so gut zu dir! Ist jetzt aber vorbei! Ist vorbei! Es tut mir auch echt leid! Die Kündigung ist morgen im Briefkasten! Ich weiß! Komisch, warum findet das keiner lustig? Hey Curry! Oh Tobi! Stopp! Boah, Alter! Ich bin ganz ehrlich! Ich bin ganz ehrlich! Ich gönn's dem Tobi von Herzen! Ich muss es zugeben! Das ist echt! Ich wollte dich gerade retten! Ich gönn's dem Tobi trotzdem von Herzen! Ich gönn's nicht natürlich, dass das ihr tot... Naja, dass ihr und so... Aber ich gönn's dem Tobi von Herzen! Ich nehm es halt! Ich behalte... Also ich werd den Haken hier natürlich noch ein bisschen okkupieren! Die Occupy mach ich hier gerade! Danke schön, dass du das machst! Das ist ja nett! Jetzt ist er auch weg! Ich hab jetzt... Ich nehm den Haken mit! In meiner... In meiner Männerbrust! Ach, den Curry hab ich auch down gekriegt! Tobi! Ja Tobi, hol mich mal! Das ist ja der Hammer, Alter! Ich bin dein größter Freund! Tobi! Das ist natürlich echt jetzt mal ein Erfolg für mich! Hast du das gar nicht gesehen? Nee, der Curry ist bei mir weitergelaufen! Tobi! Nee, der ist ja hinterm Fenster zusammengebrochen! Bewusstlos! Tobi! Ja, das sieht man aber oft nicht! Tobi, ich bin dein bester Freund! Lass mich in Ruhe! Puh! Ok, Pan, du hast es in der Hand! Du kannst alle retten! Nee, ich kann gar keinen retten! Hallo? Doch, du kannst alle retten! Du kannst alle retten! Lalalalalala! Lalalalalala! Schnubi! 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 Schnubidu! 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 Alter, ist das ne krasse Scheiße! Alter, ist das ne krasse Scheiße! Schnubidubidu! 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 Schnubidubidubidu! Wo ist die Scheißluke, ne? Alter, das ist so krass! Alter, das ist so krass! Alter, das ist so krass, Alter, ist das krass, Alter, ist das krass, das ist doch unfassbar, das ist doch unfassbar, und was der kleine Biber getan hat, das konnte ich kaum glauben, Punkt 6 hat mich stutzig gemacht, so, la 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 la, das ist schon eine krasse Geschichte, ich sehe da vorne einen Menschen, das ist eine krasse Geschichte, 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 das ist eine krisse Geschichte, er schafft es sicherlich, du schaffst es, ich glaube an dich und ich glaube nicht, das ist, go 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 Nein! Nein! Ai-ai-ai-ai-a, bleib da, hier, hier bin ich. Oh nein, warte. Oh, scheiße, scheiße. Abizini, EFG, da 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 da! Da 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 da! Go 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 go... Curry die alte Frucht... Oh Leute.... Oh Leute. Bei mir ein bisschen Sicherheit kommt das in die mit dem den Karten auf. Bum, ba-da-bum, 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 ba-bum, ba-bum, bim, ba-bum, bim, ba-bum, bim, bam, bum, ich steh' so weiter rum, bim, bam, bube, ich kack' dir in die Stube. Bim, bam, buddli, dadl, li-dl, dal, bim, bam, buddli, li-dloos. Du wirst uns niemals alle kriegen, niemals! Pfft! Das ist ja eine schwierige Geschichte. Das ist eine schwierige Geschichte. es geht leider warum tust du das ist das wieder ein frauenhass der mann geht als einziger was ist da los dass die frauen hast du zu sagen dieser chauvinistischen gesellschaft mann so er kommt durch fenster kann ich einfach den normalen weg welchen normalen weg das ist ja alles sehr merkwürdig ok das ist vernünftig das ist vernünftig das ist sehr vernünftig es war die einzige option ja es war die einzige option so ich den curry kenne weiß er schon wo die luke ist das ist ja mal interessant das ist aber interessant wie geht es dir denn da drüben im anderen zimmer total gut hier im anderen zimmer das finde ich sehr sehr gut das finde ich sehr sehr gut es ist ein etwas es ist ein bisschen warm hier drin ein bisschen warm ein bisschen warmsinn ein bisschen waren wir sind ich werde wahnsinnig hier wahnsinnig waren 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 cool das wäre so toll es wäre so toll wo ist denn hier die luke 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 schlager 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 ja vielleicht nein eventuell ich weiß es nicht hat er hat er nicht hat er oder hat er sie nicht bom die gameshow die gameshow das problem ist wir müssen die ganze zeit natürlich laut sein dass ne also falls leute sich jetzt abgefuckt darüber fühlen weil man die ganze zeit macht das liegt natürlich daran dass der curry so geil stöhnt immer der tobi fühlt sich davon angezogen und will da immerhin nur aus lust ja das ist ja das ist ja das ist schön halt ist ja ein sport muss man einkaufen ich weiß gar nicht was ich einkaufen soll was durch ja ja vielleicht eine liter und vor allen dingen auch gänse schmalz das ist so wichtig ich singe noch mal ein bisschen aber jetzt ist auch egal shit man glaube ich denn hier war aber auch sicher gehen hier bisher gehe ich hab ihn nicht geschafft man ihr ist da ein trick eigentlich ich war den letzten moment irgendwie zu fliehen, aber das ist mir mal gelohnt. Tobi! Tobi, ich gönn's dir aber. Das hast du gut gemacht. Es wird auch mal Zeit. Auf jeden Fall. Das hast du gut gemacht. Hast du den Curry eigentlich grad zu den Schweinen gehangen? Sehe ich das richtig? Ich hab ihn zu den Schweinen gehangen, weil ich ihm einfach mal echt zeigen möchte, was ich von ihm halte. Oh, ich hab Angst jetzt. Oh, ich hab natürlich abgeloost die Runde, weil der Tobi mich natürlich am meisten hasst von allen. Ja, das wollte ich aber auch gar nicht. Ein rüßer Schwein. Ja. Hm? Ich guck hier grad. Tobis Perk. Was? Tobis Perk? Ich frag das zweite Mal, dass der Pflop da so klappt. Hm. Ah, es tut mir leid. Okay, Problem ist tatsächlich, der Tobi wird sich jetzt totladen. Wir müssen wahrscheinlich gleich nochmal die Aufnahme unterbrechen. Oder Tobi? Ich weiß noch nicht. Na, wir werden es gleich erfahren. Doch mal, Tobi. Ich glaube, ich bin... Und die Antwort bekommt ihr nur auf meinem Channel. Heute abonnieren für nur 5 Euro. Oh. Oh, ich geh gerade auf der Pflop. Halt mal, Halt mal. Wart mal. Oh. Bart hat das vorher ne Nase gemacht? Ne, ich hoffe nicht. Ne, es war, es war ne Wimper, glaub ich. Also, es war zumindest irgendwas ausgerissenes. Und Bart hat ausreißend merk ich. Ich glaub, bei mir ist das Spiel stehen geblieben. Oh, das ist heute ne Aufnahme. Okay, dann heißt es jetzt einfach mal direkt Cut. Und wir sind gleich wieder da. Tschüss. 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 Ja, da sind wir wieder zurück. Bei Dead by Dead Light. So, wo ich grad hier mein Patch... Man sieht anhand der letzten Folge, wie gut der letzte Patch war, glaub ich. Einfach in jeder Folge immer ein Cut. Ja, jede Folge, ne? Wir müssen jede Folge schneiden, weil der Patch einfach... Boah. Der hätt doch einfach ohne Killer weiterspielen können. Ja, eigentlich auch. Wär eigentlich auch ein Zuge. Der schnitt ja immer nur beim Killer ab. Ja. Curry. Hm? Was sagst du dazu? Der Curry hat gerade gesagt, der hat mich gewinnen lassen. Mhm. Natürlich. Ja? Ist dein Leben an Arroganz und dein Auftreten überhaupt noch zu überbieten? Nee. Das ist seitdem er 100 Abonnenten hatte, ne? Ist das so geworden? Ich kann mich nirgends mehr blicken lassen. Hier im Kevela-Bus werd ich immer angesprochen und so. Dieser Kronk antwortet mir nicht, obwohl ich schon 100 Abos habe. Was muss ich denn noch machen? Ein ganz schweres Leben. Oh. Das stimmt. Mit deinem Fiat Punto. Ist auch so ne YouTube-Karre, ne? So ne YouTube-Money-Karre einfach. Ja, ist auch richtig. Das ist einfach so ein Splasher-Auto, weißt du? Ja. Ist das Cabrio, oder? Seitdem er unter der letzten Brücke durchgefahren ist. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab natürlich nur Audi T7, Alter. Audi T7 überhaupt nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch gerade überlegen, ob ich den überhaupt kenne. Ich kenn mich mit Autos überhaupt nicht so aus. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich find 212 Autos immer ganz hübsch so, dass ich sag, boah, geil. Ja, Tobi. Hübscher aus und so. Ja. Autos auskennen fühle ich mich jetzt nicht. Ne, ich auch nicht. Da hab ich keine Ahnung. Das Problem ist, bei meiner Größe passe ich halt auch nirgends wo rein in ein Auto. Hm. Meinst du jetzt von der Körpergröße oder Breite? Von der Größe her. Meine Keule passt da auch nirgends wo mit rein. Na, bei mir ist die Breite immer. Also wenn ich zum Beispiel in einen Twingo steige, fülle ich den zu 100% aus. Das muss aber so sein. Das quillt so raus aus dem Fenster. Und dann, wenn ich die Tür aufmache, ergieße ich da erstmal so n Hefeteig raus, weißt du? So, boah. So. Das muss aber tatsächlich so sein. Achso. Das wusste ich nicht. Ich wusste ich nicht. Ich wusste ich nicht. Doch, doch. Das ist real, Alter. Oh, ich wollte dich schocken. Wieso? Hm, vor wem? Vor, äh, vor hier. Bei meinen eigenen Schatten. Das Herz ist stark in mir. Es bubbelt so groß. Wirklich? Ne, ich will nicht schon wieder ihn holen jetzt. Das ist doch kacke. Tobi. Oh, der feine Herr kann sich schon aussuchen. Komm, Tobi. Schaff's, seh nicht. Seh zu unfähig. Ah, der Feinsteller. Weißt du, du bist einfach... Ja komm, Tobi. Du bist einfach richtig arrogant, Curry. Ja, Tobi, komm. Du bist so ein richtiger... Ja, komm. Widerling einfach. Tobi. Wie? Ich hab das so aus versucht. Ich hab jemanden nie so getroffen. Hä? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ja, aber ich hab jemanden nie durchs Fenster irgendwie getroffen. Ach so, das. Und was hast du jetzt gemacht? Du bist durchs Fenster. Ne, ich stand vor Fenster. Der hab mich von der anderen Seite getroffen. Das ist ja ohnehin nicht. Direkt am Fenster. Egal. Das macht mich aggressiv. Aber alles noch gut. Wir laufen ja alle noch. Das ist ja noch... Das war auch so ein bisschen die Müdigkeit. Ja, ja, ja. ...ja, das machen wir schon. V.O.: Vor allem, weil es sich aufgenommen heute auch zieht. Weil der bei der halt so... Ne, so problemlos läuft überhaupt. Jaa... Oh ja. Dein sagst du dat? ööööhh? das weiß ich ja selbst nicht sterben alle lasst euch noch mal töten dass die paar durch die luke das ist ein guter plan ich hab die luke ich weiß wo die ist spiel doch mal das lukenspiel mit uns ihr könnt ja nicht rein das ist das problem ja aber ich will einfach die luke mal sehen könnte vielleicht jetzt schon mal aufschließen just for fun geht ja nicht mit dem schlüssel geht glaube ich glaube das gletschlüssel gibt es damit kann man die aufmachen vorab schon der curry muss so eigentlich wissen du spielst aber es ist glaube ich eine opfergabe übrigens regenbogen in beide richtungen korea hat schon beide aufgemacht die regenbogen oder ist ja da habe ich jetzt auch aufgemacht regenbogen 2 habe ich gerade geöffnet ja ich weiß ach so cool ok wie sieht es aus der letzten runde bei den schweinen aufgelenkt können aber ist er gemacht hat das hat mir vollkommen recht curry ist schon gut ich hatte ja so eine lustige ansicht was was hast du denn gesehen unter der karte lauert das böse ach so ok wissen wir bescheid ok soll ich soll es kurz machen jetzt einfach oder ja ich dachte ich grüß den toby noch mal ein bisschen ja wo bist du dann lass uns doch mal treffend findest du ja die luke was hast du denn bitte für ein perk was ist der werkzeugkoffer hast du eigentlich schon mal was am haken gemacht ich ja ja aber nicht in diesen runden ach so ok ich gehe mal raus jetzt oder die luke vielleicht findest du sie ja ich kann die luke nicht finden weil die zu ist weil die ausgänge offen sind aber finden kannst du sie schon ja aber das ist ja zu doch dass sie doch finden toby kannst du dem erikmann zeigen wo die luke ist denn er möchte ja nicht sagt ihm das doch mal er kann doch ähnlich dadurch kannst du möchte er möchte ja nicht wenn er nicht möchte dann soll er aus dem ausgleichen das eine gute idee ist kann vielleicht weiß er ja schon wie die luke ist wenn jetzt einfach schafft einmal wie mit zu laufen dann krise errungenschaft was ähnlich für eine scheiße labert du darfst ruhig rausgehen ihr habt euch das für die das war wirklich eine gute runde von euch also mit curry curry ist arrogant hey ich höre da was hast du gehört hey zurück zurück hast du es nicht gehört party nein ist doch egal ist doch egal ich hätte mich noch mal schlagen lassen sollen eigentlich ja ich weiß ja ich hab das geworfen lassen aber die luke ist doch zu oder ist die luke nicht zu ich höre kuschelst du gerade mit dem ich werde mit alleine bei mir unter dem jetzt zu meiner luke ich bei mir kuschelt ihr beide schön zuschauen ach so kronkh ich kann kronkh an jetzt hast du den fehler hä da oben läuft tobi ach da bist du gerade in deine eigene falle gelaufen ja aber was soll ich denn sonst machen jetzt oh hier ist currys familie wieder die schweine oh wunderschön na familie dorissen alles fit hier oder was ach das bei daylighting erst bei den seehunden tobi ach guck mal jetzt steht da ausgang oder luke ja das stimmt herzlich willkommen bei der neuen regierung der tv-show die dorsons ja und nun habt ihr beide spaß ja ich muss ja rausgehen ich hab ja verloren ich meine die beiden kacken ja wir sind verschmolzen vor ja jetzt oh tobi hat connect verloren hat so viel angst gehabt dass er einfach rausgegangen ist schade 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 ja schade rausgegangen damit so ein arroganter pisser ja tobi lass es raus tobi kannst du weinen das ist das was ich dir sagen möchte in dieser stelle raus ich möchte dass du für immer im hinterkopf behältst ich hab dich bei den schweinen aufgehängt ja bis der nächsten fall Tobi traurig tschau ach so ja tschüss ja tschüss gut gucken heute war aber echt nn easy oder so tobi lustig eine achterbahn wir haben dann haben wir angefangen Boah ich... eigentlich wollten wir um neun, dann wurd's halb zehn und dann wurd's immer später und jetzt irgendwie schon halb drei im Morgens für die paar Folgen. Also wir haben jetzt fast sechs Stunden hier gesessen und haben vier Folgen. Ja. Aber es war trotzdem cool, hat Spaß gemacht. Boah, heute waren wir echt krass, krasse Folgen auch dabei und mit geilen Disconnects und alles. Heute hatten wir alles. Und sogar, wir hatten sogar... Wir hatten sogar Transgender heißt das. Ja genau, Transgender Curry, Transgender Curry hatten wir auch dabei. So, das war keine Currywurst, das war Currywagina. Herr Currywagina. So, Freunde, vieler Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, dann darf ich wieder schlachten. Oder vielleicht, in der nächsten Folge funktioniert er vielleicht irgendwie mit den Freunden das Survivalen, oder? Das wär cool. Das wär geil. Das wär megageil. Würde ich mir erst mal drücken und draufkeulen, ey. Ja geil, da helf ich dir. Das ist cool. Warte, warte, warte. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! 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 Vielen Dank.